Ich war zunächst bei der Agentur für Arbeit nach meinem Abitur und wollte nach verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten gucken. Und da habe ich eben so ein Heftchen bekommen, wo verschiedene Arbeitgeber halt drin standen. Und als ich die Bundesbank gesehen habe, war das schon einerseits direkt von meinen Eltern, ey, das ist schön, das kannst du machen, du machst was für den Staat. Ich finde es sehr interessant, in so ein Unternehmen einen Einblick zu bekommen und ja, zu sehen, was alles so hinter den Kulissen abläuft. Ich würde sagen, das Rechnungswesen-Projekt war wirklich eine super Erfahrung, weil man einerseits das ganze Thema Rechnungswesen, was Jüngeren eher immer schwer fällt, halt direkt praxisnah erlebt. Und man hat das halt so im Prinzip, dass man ein eigenes Unternehmen gründet und dann dort die verschiedenen Prozesse macht. Und das ist einfach eine super coole Erfahrung gewesen für mich. Alle Kolleginnen und Kollegen sind super gut drauf. Wir helfen einander und man kann toll aufeinander aufbauen. Man hat neben der Pflichtqualifikation, also Assistenz- und Sekretariat jetzt in diesem Ausbildungsgang, noch verschiedene Wahlqualifikationen. Ich habe mich für Öffentlichkeitsarbeit und Eventmanagement entschieden, weil ich einfach die verschiedenen Veranstaltungen interessant fand und eigentlich mir gern gewünscht hätte, an verschiedene Standorte mal zu fahren und die Veranstaltungen live zu sehen. Am allerbesten hat mir auf jeden Fall die Betreuung hier gefallen, weil man, egal wenn man Fragen hat, Probleme, sich immer an die Ausbilder wenden kann und die einem weiterhelfen oder einen zumindest weiterleiten an eine Person, die einem weiterhelfen kann. Also man fühlt sich immer gut aufgehoben. Ich würde nach der Ausbildung gern noch ein duales Studium machen, was auch die Bundesbank anbietet. Da beginnen auch demnächst die Auswahlverfahren und da hoffe ich reinzukommen. Ich würde nachdenken, dass die Bundesbank anbietet. Ich würde nachdenken, dass die Bundesbank anbietet. Ich würde nachdenken, dass die Bundesbank anbietet.